Höre die Kameras mit deinen explodierenden Tauben. Aber irgendwie ist das Game auch geil, muss man mal sagen. Ich nutze den Taubenschirm und den Taubenschirm, um diese Stufe aufzuwerden. Digga, das ist so weit jetzt. Alter, macht euch weg von meiner Base. Junge, war es mit dir? Oh, jetzt hier. Ich rülp's euch alle weg. Und jetzt gibt's Schild. Du brauchst gar nicht aufstehen, Kollege. Hier, wach! Du hast das kaputt gemacht, du Bastard! Ja? Alter, ihr habt's echt kaputt gemacht. Ich geb euch so miese Schild. Hayuken! 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 Pass mal lieber auf, wer du bist hier! Der ist komplett besoffen da hinten. Der ist komplett besoffen. Denken ja, wer die sind hier. Taubenstall nutzen. Zerstöre die Kameras mit deinen explodierenden Tauben. Ah, scheiße! Alter, dieses Game ist so krank! Aber ich mag's. Let's go. Jetzt machen wir Kameras kaputt. Hab ich getroffen? Ja. Okay. Hinter mir ist noch eine. Oh, die hat alles aufgezeichnet. Okay, okay, okay. Ist die nächste. Ich seh sie nicht. Aber hier muss eine sein. Da, richtig versteckt. Komm. Okay, okay. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Let's go. Let's go. Lass uns rein da. Oh, oh. Oh, oh. Schönen guten Tag. Ist jemand zu Hause? Okay. Alles gut, Sandra. Welcome back. I remember that machine, which messed us up. We're standing right here. However, it seems we're too late. They left and took most of the stuff with them. Let's look around. Maybe we can find some clues, as to their new whereabouts. Alter, was ist denn? Animal testing? They sure live up to the evil way name. Alter Schwede. Was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? What the fuck is this? Are they holding people here? It looks like a sci-fi movie from the 80s. Ich mag Carl. Oh, Carl. Ich glaube, du wirst jetzt verbessert. Hey, this is me. I mean, it's the same shopping cart. What I'm currently... Possessing. Ich will den mitnehmen, Alter. Carl, ich würde dich so gerne upgraden. Was haben wir denn hier noch? Hobo-Sign. I haven't seen or used those in years. Mit dachlosen Zeichen. Mal gucken, was die Ratte drauf hat. Yeah, right. Einfach mal anwinkeln. Hey, hier gibt's nix mehr. Doch. Upsala. Why do I have to read it? Ah. Fine. As expected. Trying to make a hybrid with non-organic matter resulted in the death of the subject remains dumped to the streets in accordance with the new evil way a cost-saving policy. Hey, I think that's about me. Okay, also auch so kleine Sachen. Nein, nein, nein. Hier vielleicht noch, ja. Okay, und das letzte. God, I hate reading. Um, one capsule dehybernated during the weekend due to equipment failure after switching to cheaper parts in accordance with the new evil way cost-saving policy. Other capsules opened manually. Work suspended until test subjects are retrieved. Outsource gaming. Aber. Okay. It seems that evil way was experimenting on more people than just us. However, the experiments escaped and evil way went hunting for them. If they're still out there then maybe they can help us out. We are fellow experiments after all. also this is the only lead we have right now. So we have to follow it. Let's see. One got free by accident and let the others out. It probably took some time before they defrosted though. He didn't want to wait. What's up? Alles klar. Mach das, mach das. Ripper, du musst ihn heute dazu bekommen länger zu machen. Ja, ich probier's. Oh, shit. It probably means that we should come here at night. But why? Kommt zwischen 10 Uhr ab und 2 Uhr morgens wieder, um die Mission zu beenden. Alles klar. Wie floor haben wir denn? Zwischen 12 und 2 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Okay. Alles klar. Komm, Carl. Wir gehen. Wir haben genug gesehen. Boys, meine Base verteidigen. Ich geh jetzt hier mal richtig suchen. Naja, kann ich nicht gebrauchen. Was ist das denn hier? Ach, Zielübung. Guru. Wo, wo, wo? Ach, da. Wo, wo, wo? 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 Allah. Nein. Bruder, gar kein Problem. Wann nennen wir denn jetzt hier? Starke Lunge. Können wir besser vor den Bullen wegrennen. So ein Ding ist das. Nicht Spoilern, Alkoholshot, was die Story angeht. Tipps immer gerne, aber nicht Story. Okay, weitergehen. Was ist so? Sehr gut, sehr gut. Okay. Okay. Okay, okay. Versteckspiel, wir müssen den Dingern folgen. Let's go, jetzt aber schnell. Jetzt aber flott, Karl. Karl, komm jetzt. Ich hab keine Zeit. Komm mal her, Karl. Mit dir bin ich schneller. Boah, Junge, Alter. Zum Glück hab ich gerade aus dir ein Formel 1 Auto gemacht. Wo ist der Nächste? Da unten. Autsch, Autsch. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da. Schönen guten Tag, Herr Officer. Gute Schicht wünsch ich. Da ist ein Zeichen. Da, 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 da. Hier entlang, oder was? Ich hoffe, ich bin richtig. Da? Ne, wo ist das nächste Zeichen? Oh Gott, ich hoffe, ich bin richtig. Oh oh, ich sehe keine Zeichen mehr. Folge den Spuren. Ne, wir sind falsch. Nein, 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 nein. Hier, oder was? Junge, warum rennen hier so viele Cops rum? Wo ist ich hin? Da ist nur der Marker. Warte, ich gehe nochmal zum Letzten. Schnell! Boah, Junge, warum sind hier so viele Cops? Junge, kommt hier klar? Warte mal. So. Okay. Sagt doch ganz klar hier entlang die Treppe hoch. Okay. Vielleicht hier hoch. Ah, da unten, ich sehe es. Ja. Hallo. Zeit für euch. Ich folge den Spuren. Äh, wie, und wo denn jetzt? Ne. Ja, Mika ist gerade los. Yes. Moment, hier. Doch, hier. Hier geradeaus. Take that, you creep. Leiden ist eine Feder. Oh, no, 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 no. Erstmal hier die Feder. Ich sehe keine Zeichen. Okay, ich folge jetzt erstmal in den Weg. Nee, so weit ist nicht richtig. Auf der Brücke dann runter gucken. Auf der Brücke? Ah, ich habe es gesehen. Ich denke, wir sind fast da. Ja, das Haus ist hier. Was geht jetzt ab? Trixi, du geile Sau. Please, mach auf. Ich will nicht mehr rein. Alter, was? Oh, scheiß. Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Alter, ihr habt ja hier mal eine richtig krasse Base. Was geht ab, Meister Splinter? Ja. Wir sind die Ninja Turtles. Tschüss. Entschuldigung, meine Kinder. Wir sind in der Evalway-Facilität für eine Eterneinheit. Ich bin nur froh, dass ich endlich wiedersehen kann. Wie? Sie sind die legendären Hobos und Rejekte, die in den 80ern disappeared, ohne Trance in den 80ern. Ja. Und jetzt sind wir zurück. Und wir wollen unsere Revenge. Ich sehe, dass du kannst, meine Glowen-Piss-Train. Remarkable. Du kannst du den wir brauchen. Wie? Unlike us, du kannst du mit pleines Zeiten durch die Bank und hast niemanden personalityij aide. Es ist perfekte Agent gegen unser freud Sin way. Wie slave einen Staat. Ach ja. Also nicht besten reagieren. Viere richtige capeiz thanка. Be from us, mein Kinder. Du bist da ab, upper zu reach. Dankeschön für den Support, ehrlich. Der würde dich auch nicht untern, Rockshire, ehrlich. Digga, du musst zwei Basen der Bugs einnehmen, um diese Mission freizuschalten. Ich esse jetzt einfach mal einen. Mal sehen, ob das was bringt. So, jetzt nehme ich hier mal eine Base ein. Ist das hier eine Base? Okay, die Wellen schaffen, um die Base einzunehmen. Oh Junge, jetzt gibt es so mies aufs Maul. Junge, nenn mich den Taubenflüsterer, Kollege. Zweite Welle. Direkt immer noch eine hinterher. Junge, was? Karl, mach mal Platz da! Joge! Was geht denn jetzt ab? Alter, wie groß ist er denn? Alter, was geht hier ab? Junge, Alter, bist du roughy? Alter, er hat einfach Bienen um sich. Jetzt geht es aber hier richtig los. Okay, du lebst noch. Pugs exterminated! Ah, oben. Oben. Geil. Das ist doch mal ein geiler Base-Platz. Was geht ab, Jungs? Zeig mal, was ihr könnt. Jetzt gibt es Taube! Voll in deinem Face. Voll in deinem Face. Oh! Oh! Komm her, Junge. Junge, hier wieder der Bienenmann. Oh! 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 Dieses Game, Alter! Mit Bundle! Im Nacken! Im Nacken! Pugs exterminated! Hammer! Im Nacken!